Eine der wirklich magischen Erfahrungen auf dem buddhistischen Übungsweg ist die zunehmende Fähigkeit, den Geist zu beruhigen und den Körper und die Welt erfahren zu können, als seien sie völlig neu und noch nie dagewesen. Die dichtenden Zen-Meister besingen in ihren poetischen Werken das Knirschen des Schnees auf einem verschneiten Weg, die Frühlingsblüten, die herabschweben, den Wind in den Kiefern, die Feuchtigkeit, die im Herbst unter die Gewänder kriecht, das Gelächter von Kindern. In den Waldklöstern Asiens und im Retreat in Amerika essen die Praktizierenden schweigend und ohne jede Eile. Wenn wir Achtsamkeit entwickelt haben, schmecken wir die Birne, den Käse, die Orange, das warme Brot wirklich. Wir lernen wieder ohne Eile zu gehen und dabei die sanfte Berührung des Windes auf unserer Haut zu spüren, dem Gezwitscher der Vögel zu lauschen und des rhythmischen Schwingens unseres Ganges bewusst zu werden, des Bodens unter unseren Füßen. Wie der einsame Gefängnisinsasse, der nach Monaten des Alleinseins den Besuch einer Ameise genießt, treten die kleinsten Details des Lebens plötzlich kraftvoll und vibrierend hervor. Sowohl die westliche wie die buddhistische Psychologie plädieren dafür, den Körper sinnvoll in die therapeutische Arbeit zu integrieren. Freud und seine Nachfolger wie Jung und Reich schlugen so manche Schlacht, damit wir unseren Körper als den Träger der Lebensenergie wieder in Besitz nehmen konnten. Ihre Arbeit hat uns gezeigt, wie wertvoll Instinkte sind, wie sehr unsere Sexualität uns beeinflusst, wie wichtig es ist, die grundlegenden Bedürfnisse und Triebe des körperlichen Lebens zu achten. Diese Wieder-in-Besitz-Nahme unseres körperlichen Lebens ist Teil eines langen und noch andauernden Kampfes. Die repressive viktorianische Gesellschaft, die Freud so erstickend und lebensfeindlich fand, baut auf Jahrhunderten der Verleugnung körperlichen Seins auf. Das westliche Erbe des Neoplatonismus und des mittelalterlichen Christentums hat die spirituelle und rationale Welt über die des Körpers und der Instinkte gestellt. Jahrhundertelang hatten die asketischen Kirchenväter sich kasteit, da das Fleisch angeblich Quell der Sünde war. Heute werden wir zeugen, wie die Technologie im Namen einer anderen Ideologie erneut die Weisheit des Körpers leugnet. In der Moderne ist der Körper sozusagen zur Biomaschine verkommen, die man ausgeklügelten Erhaltungsmaßnahmen unterwirft und mit Anabolika und plastischer Chirurgie seinen Vorstellungen gemäß designt. Erneut wird unser Fleisch kasteit, wenn wir stundenlang im Auto sitzen, in winzigen Büros oder Schulräumen bei künstlichem Licht arbeiten und uns bei Fastfood und Videospielen die Zeit vertreiben. Viel zu viele von unseren Kindern beziehen ihre Erziehung vom Fernsehen statt aus dem überlieferten Erfahrungs- und Geschichtenschatz einer gewachsenen Gemeinschaft. Wir haben den Kontakt zu unseren natürlichen Instinkten verloren. Doch wenn wir den Körper ignorieren, macht er sich mit den unterschiedlichsten Krankheitssymptomen bemerkbar. Ohne dieses Band zu einem gesunden Körper haben wir weniger Lebensenergie, wir leiden unter chronischen Schmerzen und allerlei stressbedingten Krankheiten. Wir entwickeln Magen- und Darmgeschwüre, hohen Blutdruck und am Ende trifft uns der Schlag. Wir leiden unter Magersucht oder Essbrechsucht, Depressionen und Angstzuständen, Süchten oder dem zwanghaften Bedürfnis, anderen Verkehrsteilnehmern die Stoßstange zu verbiegen. Die meisten von uns fühlen sich ein wenig verloren, wie Mr. Duffy bei James Joyce, der immer ein bisschen neben seinem Körper lebte. Aus buddhistischer Sicht gilt der menschliche Körper als etwas ungeheuer Kostbares, da nur er die nötigen Grundbedingungen bietet, um Freiheit und wahres Glück zu erfahren. Daher beginnen wir das systematische Achtsamkeitstraining mit dem Körper. Wir üben Achtsamkeit beim Sitzen und Gehen, beim Essen und wenn wir uns bewegen. Wir entwickeln die Fähigkeit, in das Leben des Körpers einzutauchen. Wir nehmen zur Kenntnis, wenn sich in unserem Körper Leid oder Wohlbefinden ausbreiten. Wir entdecken, wie der Körper reagiert, wenn der Geist klar bzw. verwirrt ist, wenn unser Herz sich öffnet oder verschließt. Und wir lernen, dem Mysterium des Körperdaseins voller Achtung zu begegnen. Die Achtsamkeit des Körpers erlaubt uns, unser Leben ganz zu leben. Sie schenkt uns Heilung, Weisheit und Freiheit. Als James anfing, buddhistische Meditation zu praktizieren, litt er unter hohem Blutdruck und gelegentlichem Herzrasen. Als stressgeplagter Geschäftsmann und Vater von zwei heranwachsenden Kindern teilte er sich das Sorgerecht mit seiner Ex-Frau. Er hoffte, dass die Meditation ihm helfen würde, sein Stressniveau zu senken. Darüber hinaus war er sehr an der Erleuchtung interessiert, denn die Lektüre verschiedener Bücher über Zen-Buddhismus sagte ihm, dass diese all seine Probleme lösen würde. Er stellte sich die Erleuchtung als Zustand absoluter Glückseligkeit vor, in dem all seine weltlichen Probleme gelöst wären. Zu seiner großen Überraschung begann sein Training in buddhistischer Meditation mit einer Übung in Achtsamkeit in Bezug auf Atem und Körper. Enttäuscht stellte er fest, dass der Schwerpunkt dabei nicht auf die Erleuchtung gelegt wurde, sondern auf das Hier und Jetzt. Als er auf diese einfache Weise praktizierte, bemerkte James, wie viele Gedanken er auf die Zukunft verschwendete, wie angespannt sein Körper war und wie hektisch sein Leben. Seine persönliche Geschichte erschöpfte sich in Leistung, in der Schule, im Sport und im Beruf. Seine ehrgeizigen Eltern und seine strengen Trainer hatten ihn stets angehalten, sich noch mehr zu mühen. Nun trieb er sich selbst an und seine Kinder. Sobald James erkannt hatte, wie angespannt und ruhelos er war, begann er auf Anweisung, auf jene Momente besonders zu achten, in denen diese Spannung von ihm abfiel. Achtsam nahm er diese Lücken im Tagesablauf wahr und machte sich auf diese Weise mit einer Haltung des Nichtmühens vertraut. Ein ihm wenig vertrauter Zustand begann, sich in seinem Geist zu zeigen, ein unangenehmes Gefühl der Leerheit, dem er stets aus dem Weg gegangen war. Als er sich diesem Zustand eingehender Zuwandte, entdeckte er, dass die ihm unangenehme Leerheit in Wirklichkeit ein Gefühl der Zufriedenheit war. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich hundertprozentig wohl und in seinem eigenen Körper zu Hause. Das war der erste Vorgeschmack auf die Erleuchtung. Wenn wir mit Verwirrung, Angst, Ehrgeiz, Depressionen oder Verlusten zu kämpfen haben, legt die buddhistische Psychologie uns nahe, festzustellen, wie sich diese Gefühle im Körper bemerkbar machen. Ein Mann, dessen Ehe gescheitert war, wurde sich des gewaltigen Steins bewusst, der deshalb auf seinem Herzen lastete. Eine Frau, die gerade in der Genesungsphase nach einer Brustkrebsbehandlung war, stellte fest, dass sich ihre Todesangst in der Enge ihres Herzens und in ihrer dauernden Atemnot eingenistet hatte. Ein anderer Mann, der sich jahrelang gemüht hatte, sein Geschäft aufzubauen und seine Familie zu versorgen, stellte fest, dass sich in seinem Bauch eine große Leere auftat, als das Geschäft verkauft war und die Kinder aus dem Haus gingen. Manchmal sind unser Leid und unsere psychischen Probleme so stark, dass wir nicht mehr still sitzen und meditieren können. Dann sollten wir es mit Bewegung versuchen. Geh-Meditation, Yoga, achtsames Boden putzen und Kochen sind dazu angetan, den Geist zu beruhigen. Im Retreat empfehlen wir Menschen, die zu nervös sind, um zu meditieren, im Garten des Meditationszentrums zu arbeiten. Viele Menschen haben den Weg zurück ins Leben gefunden, indem sie sich um Pflanzen gekümmert und mit den Händen im Erdreich gewühlt haben. Diese Art der Übung hilft, den zersplitterten Geist wieder im Körper zu verankern. Da unser menschlicher Körper in der buddhistischen Psychologie als kostbar gilt, in welcher Lebensphase wir auch stecken mögen, ist es unsere Aufgabe, ihn optimal zu versorgen. Wenn Krankheiten auftauchen, vermindert dies häufig auch das Gefühl unserer natürlichen Würde. Scham und Selbsthass treten auf. Manchmal nehmen wir die Krankheit persönlich, als wäre sie unser ureigenster Fehler. Doch Krankheit oder Gesundheit sind Teil des menschlichen Lebens. Wenn unser Herz aus unserer Einsicht heraus offen ist, werden wir Körper und Geist mit Freundlichkeit behandeln, unter welchen Umständen auch immer. Nicht nur das Bewusstsein ist vom grundsätzlichen Paradoxon der zwei gegensätzlichen Aspekte seiner Wellen bzw. Teilchen Natur geprägt. Auch unser Körper birgt allerlei Widersprüche. Damit ein edler Geist der Weisheit entstehen kann, müssen wir ein Gleichgewicht zwischen unserem körperlichen Leben und der universellen Perspektive finden. Da die moderne Gesellschaft eine starke Identifikation mit der äußeren Erscheinung unseres Körpers propagiert, ist es nicht leicht, diese hinter sich zu lassen. Wir wenden enorm viel Zeit für unser Aussehen auf. Wir kleiden, schmücken und trainieren unseren Körper. Doch wie sehr wir auch an ihm anhaften mögen, im Alter lässt der Körper uns im Stich. Wenn wir uns auf die Erfüllung körperlicher Sehnsüchte beschränken und uns mit dem Körper identifizieren, werden wir viel Leid und Angst erfahren, wenn wir uns mit Alter, Krankheit, Tod und anderen Problemen auseinandersetzen müssen. Die buddhistische Psychologie kennt eine Reihe von Methoden, die uns lehren, den Körper aus der universellen Perspektive zu betrachten. Es gibt Meditationen, die uns den Körper als vibrierendes Energiefeld wahrnehmen lassen, als Netzwerk aus Chakren und Energiezentren. Eine andere wichtige Übung war es, den Körper als Konglomerat aus den vier Hauptelementen und den 24 daraus abgeleiteten grundlegenden Eigenschaften wahrzunehmen. In der buddhistischen Psychologie wird der Körper unter Rückgriff auf die Elemente Erde, Luft, Feuer und Wasser beschrieben. Das muss man sich etwa so vorstellen, wie die traditionelle Psychologie und Medizin in Griechenland, China, Afrika oder im indianischen Amerika. Der moderne Leser versteht dies häufig falsch als primitive Version des Periodensystems der Elemente. Doch mithilfe der vier Elemente soll letztlich beschrieben werden, wie wir den Körper direkt erleben. Wenn Sie Ihre Augen schließen und hinspüren, werden Sie keinen Körper an sich erleben. Der Körper ist letztlich nur ein Begriff, eine Idee. Was Sie spüren, sind Bereiche von Weichheit oder Härte, sind Empfindungen von Druck und Schwere oder bestimmte Oberflächenanmutungen wie glatt oder rau. Diese rechnet man dem Erdelement zu. Sie werden auch Bereiche spüren, die Kälte oder Wärme ausstrahlen. Das ist das Feuerelement, die Temperatur. Bereiche, die vibrieren oder still sind, gehören zum Luft- oder Bewegungselement. Die Empfindung von zähem Zusammenhalten oder weichem Fließen hingegen gehört zum Wasserelement. Um dieses zu fühlen, müssen Sie nur mit den Augen blinzeln oder schlucken. Auf diese Art und Weise lernen wir unseren Körper sehr direkt kennen. Dazu kommen noch die abgeleiteten Elemente wie Farbe, Klang, Geruch und Geschmack. Die direkte Untersuchung dieser Elemente kann uns von tiefgreifenden Identifizierungen und Verstrickungen befreien. Die Elemente unseres Körpers werden häufig zum Tor zu verborgenen Geschichten und unbewussten Verhaltens- und Denkmustern, die wir mit uns herumtragen. Wenn wir durch dieses Tor gehen, sehen wir das Spiel der Reinkarnation aus einem eher universellen Blickwinkel. Wir spüren, wie sich die Elemente des Lebens in uns gruppieren. Was wir erfahren, ist nichts weiter als das Spiel der Elemente. Erschüttert sein, Steifheit, Zittern, Niedergeschlagenheit, Beweglichkeit, Fließen, Verankert sein, Verwirrtheit oder Klarheit. Ob wir stur sind oder leichtfüßig durchs Leben tanzen, ist letztlich eine Frage des Erdelements, das sich in unserem Körper bewegt. Unsere Trauer wird vom Wasserelement beeinflusst, dem Ozean der Tränen. Unsere Gähnen, unsere Lieder, sind das Wirken des Luftelements. Irgendwann waren sie ein Berg oder eine Wolke, schreibt Thich Nhat Hanh. Und das ist keine Poesie, sondern Wissenschaft. Meditation über die Elemente wird auch zum besseren Verständnis des Todes empfohlen. Tatsächlich zählt diese Kontemplation zu jenen, die das Leben am tiefgreifendsten verändern können. Im Westen denken wir nicht gerne über Alter und Tod nach, weil Sterben als Versagen gilt und weil es uns Angst macht. Doch in der buddhistischen Tradition setzen wir uns bewusst mit dem Tod auseinander, weil wir dadurch unsere Weisheit mehren, tiefere Einsicht gewinnen, sowie die Motivation, jeden Tag ganz und gut leben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!